Wo ist ihr Verlobter? Verena Kert besucht Cannes alleine Verena Kert, 42, feiert einen glamourösen Abend in Cannes. Die Moderatorin posiert in einem schwarzen Kleid, das mit einem Streifenmuster verziert ist. Der Schnitt gibt die Sicht auf ihre langen Beine frei. Was vor allem auffällt, ist aber, die Beauty besucht das Filmfest alleine, ihr Verlobter Mark Terencey, 45, ist weit und breit nicht zu sehen. Gegenüber Bild stellt sie schnell klar, dass zwischen ihrem Liebsten und ihr alles in bester Ordnung sei. Bei Mark und mir ist alles gut, man darf ja mal alleine verreisen. Man hat uns jetzt die ganze Zeit im Doppelpack gesehen. Jetzt soll er mal ein bisschen arbeiten, erklärt sie dem Blatt. Es habe sich lediglich aus organisatorischen Gründen nicht ergeben, dass Mark mitkommt. Im vergangenen Jahr präsentierten sich die beiden noch gemeinsam vor den Fotografen. Damals überzeugten sie als modisches Duo. Verena trug eine traumhafte Robe in Rot. Mark entschied sich für einen stylischen Anzug in einem dunklen Blau. Die Torteltauben formten mit ihren Händen ein Herz als Symbol ihrer Liebe. Auf süße Liebesmomente wie diesen mussten Fans in diesem Jahr verzichten. Verena und Mark sind seit 2022 ein Paar. Im Januar 2023 gründen sie ihre Liebe mit ihrer Verlobung. Doch vor den Traualtar traten sie bislang nicht. Gibt es dafür einen Grund? Wir sind jetzt auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Egal, wo wir hinkommen, es kommt immer wieder die gleiche Frage. Das dauert alles ein bisschen wegen der ganzen Länder. Meine Familie kommt aus Amerika, Italien, Kanada und überall, führte der Sänger in einem Interview mit Bunte aus. 5459 3459 0449 1086 1 Joey 1 0449 258 0549